O Nein ey ich sag's doch! Ich! Ich! Aaaaaaah! Mit Tatte! Oh Gott ey was war das denn für ne Scheiß-Anmoderation? Und damit ein herzlich willkommen hier zu einer... Nein! Tobi fick! Oh! Das war's! Nein! Warte! Hä? Du bist tot? Jaaaa! Du hast dich doch noch gerettet! Mh... Mann ey! So! Nochmal! Hallo! Oh wo kommt der jetzt her? Was macht der denn? Der macht ja gar nix! Der macht überhaupt gar nix! So! Nun muss ich die Attacken zeigen bevor die Filme überhaupt angefangen hat. Und zwar hat das... Ja ich hab's ja in der letzten Folge schon erwähnt. Man sieht's leider nicht hier. Das Skeletal Horse hat eine Axt und eine Schaufel. Wie immer Aktionen sind mit dabei. Und hier haben wir einmal den Bone Kick. Das ist das hier. Ich weiß gar nicht. Es macht durchschnittlich anderthalb bis drei Herzenschaden. Wenn man ganz nah dran ist hat man vielleicht Glück und es macht drei Herzenschaden. Also wie schon gerade gesagt. Und... Michel! Ja! Wir haben Mitspieler heute dabei. Und zwar dem Fiolka Michel! Und... Pfff! Pfff! Und... Und den Tobi. Der Tobi Spielsgelett und wie ihr seht ist das hier der Michel! Oh! Boom! Ich töte dich alter! Und wir spielen heute auch wieder mit... Den Dem... Au! 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 Oh! Scheiße! Organisiert sich an! Feuer da mal rein! Stürb doch mal! Ey! Ich bin so schlecht mit dem Kids! Oh nein! Oh nein! Alter Tobi! Alter Camper! Ja! Wo ist denn der Tobi? Ja! Ich bin die ganze Zeit in der Mitte! Ja lass mal auch noch Tobi gehen! Ja! Okay! Gut! Wenn ich das mache... Mach ich mal Shader an! Muss ich ausnutzen hier! So Shader an! All on Tobi, ade! Irgendwie sind die Blätter bei mir auch so verpackt, ey! Kostmeer machte! Der Golem ist auf meiner Seite, siehst du? Der greift dich an! Der macht gar nichts! Der läuft einfach nur dumm rum! Ich bin doch jeder! Ah! 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 Oh! 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 Oh, mein weile der Wildteilsprung! Oh! Ich bin irgendwie wieder voll schlecht heute! Vielleicht geht's auch am Kid! Nein, oder? Nein! Oh, mich, das zählt jetzt nicht! Die Dichtor wurde nämlich ausgeleitet aus! Das zählt nicht! Das war einfach mal so kacke! Na und ich habe gewonnen warum ich jetzt habe ich runtergeschossen dem jetzt bloß ein anderes KTU ja das Geld ist zu Recht die Welt zu helfen ich hoffe ich kann den Scherz auch anlassen Humboldt so bleibt mir ich nehme mal Kripa und ich hätte es sollte 20 die Aufnahme wohlgemerkt 26 hat man mich überhaupt Scheiße ich glaube das Mikrofon war die Anzelt falsch rum egal die Kurschen bin ich halt jetzt etwas lauter Tobi HB Achtes Kriper mhm habe ich an einer Barbaren Rüstung gesehen ja jetzt läuft es wieder flüssiger hier 50 FF ist los 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 oder sollte ich mich erst mal zurückhalten nie immer drauf immer drauf hier Bunkig verschwinde ich mach dich nicht du gewinnst jedes Spiel Fjolk Fjolk ist mir gar nicht aufgefallen du spielst Blaze ja ist mir auch nicht aufgefallen man hat an der Tat aber es könnte auch nicht und er hat auch ein Schaden gemacht ne doch durch nämlich hier nicht wo war es jetzt sind erst geschehen alter ihr wollt mich da alle verarschen jetzt fliegt es gibt es kommt mir jetzt schon wieder an nee warum springe ich heute zu tun wo ich habe auf meinem Bildschirm gesprochen abstaubar ich kann abstimmen na klar hier kann er die Lärm es hat zwei Leben und es ist tot und er erst abstauben sollen und jetzt zu stürmen die Stürmer hübschleiter h abwachen ich habe auch wie immer auf die Leertaste gedrückt ist passiert oh mein Gott mir auf das Geläch Kostner wo bist du ich bin eines Kletzungsstück für ihn hier ist für den Typen hier in Tobi ist das nicht so schlecht hier aber auch an die Jahre alt weiter macht er noch mal ein unverschämten Rückschluss jahre ok o ok mit Prozent gewinnt und demnach ich bin gestorben ist begrenzt er wird aber wieder geholfen wie alt Mann, ey. Du siehst, das war eigentlich mit Abstauben, wenn zwei kämpfen und dann... So einfach. Jetzt geht da natürlich auf mich. Nein, ich war runter! Nein! Hat's beinahe noch geschafft. Oh Gott, war das knapp. Ah, wie kriegst du mich denn immer so? Mach ich mit den... mit dem Bone Rush hier überhaupt irgendeinen Schaden? Na, das kannst du ja unten in der Experience gleich gucken. Ja, mach noch mehr. Also die machen das eigentlich nur so, dass sie gegnerisch nicht mehr bewegen können. Nein, nein, ich bin runtergefallen. Oh! Oh mein Gott, Mark hat gewonnen. Ich hatte vier in Halbherzen. Alter, GG, gut, kann ich jetzt nicht mehr schreiben. Wie viele Spiele brauche ich denn überhaupt noch, bis... Bis ich hier... Wobei... Ach, das war ja, da muss ich, muss ich selber eingeben. Schone Kacke! Ja, slash... Ja... Super, ich mache auch noch... 21... 21... 21... 29... Aber freie Kids auch... Bin ich noch lange beschäftigt. Ja, bei Freie Kids bräuchte ich auch noch 90. Oh, oh, Kid aus dem... Aber eigentlich fast... Ich bin jetzt whichicken. Ich bin fast... Alles voll kürzen... ale ist, chicken. Ja, anderthalb Rüstungspunkte.... Richtig, kacke! Oh, es das hält! Ah, meine Augen! Mach den Shader aus. Ein... Zu schön, um wahr zu sein! zu schön zu sein mein künft bleibt auf die mitte ich überlege ob ich hier so ne so ein kleines so ein kleines stopp hier mache und dann zoome ich hier den chat hier so ran und erkläre das kit was ist mir jetzt zu viel ja ich mach das ok auf April das ich kann auch immer sicherlich vierte Japan hat aber das macht noch den zwei Prozent und die Union der 1 prozent auf und nur fleisch dictaden die kunden die Akteline auf die bei der App clerk und die verpflichtigen festschrauben ein ich bin nicht und vor Ort Gott erheben er hat mit dem Bein aufs Wicht über noch mehr oder gar nicht und ich die BG ich habe die mit schicken bis sie getötet gleich noch mal oh scheiße oh gott oh gott irgendwie leckt das gerade bei mir alter was war das ja bei mir leckt auch gerade ja so besser gesagt überhaupt nicht ja dass ich meine internet jetzt ja das ist ein paar mehr wochen ich hätte die konnexion ich sage es absteuert den mann was absteuert jetzt schon wieder und sind auch zum erd und ok er vielleicht die skype mehr Ehe Ehe ich schlitzkei Ehebier Ehebau Bocke nicht schicken müssen jetzt habe ich getroffen das gibt ein auch gar nicht du machst ein paar unverschämten Schaden er werde ich hier ja du mich hier ja da wo kommt man jetzt eher Ehe so eine Scheiße ich hab wieder so ein Leben und ich habe zwei Herr Mark, du hast noch zwei Tobi hat dahin ist sowieso gleich vorbei ja genau zieh mir mit einmal hier vier Herzen ab ja was denn was willst du auch ich hab in der letzten Folge gesagt dass ich Chicken nehme oh jetzt treu ich mich jetzt sicher nicht ja nee ist klar Hey Tobi, geh auf Mark, der hat auch zwei ja genau oh sorry, sorry, sorry hallo ich mach kein Team ach so ach so ach so sagt er mich hier als er von einem Hühnchen getroffen wurde und er noch ein halbes Leben hat und Tobi ankommt oh ja 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 ne, nein nein wie kannst du mich denn noch... das fängt schon mehr auf ich hab Wolf Strike alter na, du hast ja noch... ich dachte ja, denn ist gewonnen oh mein Gott war das scheiße hat dein Hund beiner... hey, ich hab meinen Hund beiner got... komm tja, mach ich bin größte du springst hoch ich muss auf dem boden denn wieder in die Luft und dann treffe ich dich nicht du triffst mich zu oft weg der Mark schnell weg der Mark schnell weg der Mark nein nein was nein was ich ja immer nicht falsch schaden es gibt ja kein Fallschirm als die Meisterin ich mache ich mal runter in den Niemann nach nach ich verdrück' mich ich habe mich ja auch mal mit der Engländer in der Grunde ich bin doch aber aber ich mach' den Geld aber dafür mach' ich nicht für den kann ein Grund erst mal auswählen hier wieder schicken jetzt gibt es die Folge etwas länger die na los jetzt mach mal weil ich hatte mal mach mal die Runde ist ja und nehmen noch gut die sich nicht ich werde ich die Maße in Gulen ich gehe auf den ein Jahr auf den er war auf welcher mein Schwachstück jetzt die Schüsse zu der Abwehr was ach so oh gott was jetzt los so ich muss mal wieder heller machen oder eine millisekunde vor der explosion mussten mich einfach töten hätte mich aber nicht gekillt ein gut ich treffe einfach nicht noch genug herzen ich kann nicht anders was soll ich denn sonst machen ich kann nicht anders er kann nicht anders aus erkennen du bist creeper du kannst eigentlich am besten gegen den ja dass da muss ich meine ich falle erst mal ich hasse es ich fall wirklich per so wird sich jetzt auch gott war das scheiße du bist bei mir ja mich was war das ich bin runtergefallen ach du bist der eisengule hier nicht nur der hallo ist deine freundin mitgebracht aber der deiner scheiß arschlöcher ja so was wir schon du hast mich meiner schon wieder mit iron hock ich hab den golem wieder getroffen warum rucklte denn jetzt an du abstauber tobi ich hätte ihn fast getötet und dann kommst du mit deinem buch alter abgestorben du bist dann selber gestorben alter du hast mir aus so einer entfernung anderthalb haren gemacht etwas hat ich meine diese sache ja richtig knapp äh ich mache die bände was ich habe denn auch drei leben ja wechsel jetzt erst oh nein wow einmal getroffen das ist oh man immer dieselbe scheiße ja mach mich noch mehr trifft noch ja genau mich ja auch noch er kommt so wie auch wir sind ja schon wieder alleine niemand der mir hilft ich glaube der hätte ja auch nicht geholfen ich höre mal wieder eisenhaken an mir vorbeirauschen das ist einfach so nerven zerreißendes kind springen und dein leben verdammte scheiße du arsch nein hast du ein glück hast du ein glück ich sagte ich falle nur runter ich würde es hier um also könnte man hier nicht runterfallen dann wäre ich hier der king ich habe schon wieder so ein glück ich hatte ein halbes herz also mich mit dem zeitlichslamm gelobt getroffen hast aber wie viele mir danach gedacht danach gemacht was weiß ich ja geht immer noch beide auf mich natürlich ich bin ich bin ich wollte mich fokussiert von der alter ich habe noch so wenig leben ja das ist auch zehn jahren na und das ist für mich ja schon wenig heiße er mag er mich denn schicken muss sie getötet getötet er ja genau und wenn ich auch noch nicht mehr ich bin jetzt schon dreimal runtergefallen ja also wirklich er die müssten an Tobi Paragraph einbauen ich das war die übrigen retten kann er muss man jetzt auf einmal hin ab da wo bist du hoch ich 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 kackelei ab was bist du denn für behinderte Arsch Pickel 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 nein ich auch noch rein ich fliege auch noch rein ja es war klar jetzt hätte beide wieder so lange auf mich gegangen ein Leben der alle hat euch wäre schon wieder kennt mich hat beinahe getroffen hier weil ich bei der reingelaufen werde so kunst dabei um mich oder war oh du bist eisengolim und mich ist ja und das tun kann ich auch sagen mich als creeper wenn ich einmal meine dreckige oh nein hock treffen oh mein lol ich bin jetzt tot wie viel attacken hast du denn noch eh kostet mir das war ne standard attacke aber gut viel gut 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 alter jungen der rücksicht so ist ja alter alle kraftwerken wir kommen dazu nicht sagen alter mann aha will ich schon schreiben regt mich schon wieder auf was ist jetzt los was mit dem los hier das bei mir vor dem verpackten skin hättet bei mir ist ein standard bei mir ist er ändern wahrscheinlich am shader mod schon oft gesehen gut gut nehme ich jetzt mal ein zufälliges kid ein zufälliges kid hört sich irgendwie komisch an ich hab das schleim weiter ich mach mal die augen zu und klick einfach immer drauf oh ich weiß was zu nützt ok scheiße 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 ist ja richtig kackett hier so jetzt mal hier noch so hier so voll so einmal hier so scrollen hier so hier genau ich habe schon beinahe den ersten ich habe den ersten kill und ich dachte wir haben scharf aber das ist das ist ja nicht ja ich hab das gott war das und mich auf und mich auf ich bin doll bei mir bist du gerade rund gefallen jetzt bist du immer noch nicht runtergefallen ich wollte runter ich dachte ich auf den sprung immer diese sprünge die einen umbringen ja oder lol jawohl du bist um magst du bist schleim achten mitleid mein lieber ich habe mitleid mein lieber die schleim ist doch nicht schlecht die schleim ist richtig schlecht ich habe damit mal gegen markt gewonnen ja du kannst ja auch alles außer außer spinne er ist er wollte schon beinahe mit kauft tägliche und dadurch wie läuft die aufnahme mit schädler viel flüssiger was geht denn hier alle bei euch auch ey du scheiß kommen wir mal ein bisschen darfst mich ja man zu wie du hast irgendwie extrem weite reichweite kann sein dass du denkst nein 3 und es sei dank der fehlprogrammierung des Endermanns habe ich gewonnen habe ich ihn getötet gerne bildschirmübertragung machen wieso habe ich mich denkt er dass ich hecke ja es leckt schon wie aber so liegt hier fleisch rum meins mich wissen das ist ein so mein gott wie einsam wenn ich das einsame kriege ich energie zu ich kann nicht ich habe ich habe da wartet wieder viel arbeit auf mich ich sehe schon ich kann die ganze scheiße wieder bearbeiten hier aber ich weiß was der schleim kann ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe was 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 ist ich bin im dreieck los ja genau 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 weil du kriegst mich über eine oder die bitte du kriegst mich weg auf einmal krieg ich noch so ein schub die um die Ecke man warum leckt das so ist doch nicht schön anher ich stecke im Zaum fest oh ich lauf voll in die Baby Bacon Bomb vorne komm Michael komm her Kampf der Kinder ja vor allem ich habe nur noch vorhin ein halbes Herz gehabt Alter ich komme ich komme mit diesem mit dieser Rocket irgendwie nicht klar Aua nein 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 ja 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 schon wieder das falsche an Hassgesicht so wie viel hast du oh ne ist ja Finale wie viel Herz noch zumal scheiße voll aber wenn du da bist nichts ja ok den hab ich Prozent macht er nur so viel Hör Wolfstreich haut ja richtig rein er macht gerade mal ein ein hat nicht äh bei mir nicht ich bin fast tot und er aber ich bin richtig dumm dass ich das sage ne wo bist du denn wo bist du denn oh ist weg gestorben bin ich so jetzt weiß man so ne Kacke gut weiter muzyka 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 Untertitelung des ZDF, 2020